Dann haben wir den Arnese vom Vietti. 2021 ist besonders gut ausgefallen. Für uns liegt der Arnese vom Vietti noch ein halbes Jahr länger auf der Hefe. Das macht ihn ein wenig komplexer, ein wenig reichhaltiger und ein wenig finessereicher. Er ist ein sehr schöner Wein, ideal zum Beispiel für Antipasti oder leichte Fischgerichte. Er hat eine herrliche florale Note. Der 21 ist wunderbar ausgefallen.